Kaltspeicher? Touch. Der hat ganze 13 Gigabyte. Nein Spaß. Naja, aber dafür habe ich ja bei euch ja überall die Wolle rausgeklaut. Warum? Warum? Warum machst du sowas? Um mir einen großen Back zu machen. Dede, wir haben eine Aufgabe für dich. Boah, was denn? Du gehst bei uns an den Feldrand und wartest bis das Potten wächst. Und dann pflückst du es. Dann warfst du wieder. Aber nur wenn da ein Mod drin ist in so einem coolen Schaufelstuhl. Das hörte sich nach einer Flasche an. Und zwar in Glasform. Wie das hier, pass auf. Das kann ich auch. Warte, warte, warte. Ich mache viele pathische Bedäfte. Ritz-Cola. Nein. Wunder. Nein, Thomas. Okay, wir sind wieder auf die Nova angekommen. Wie alle Leute bescheuert werden. Oh, oh, oh. Diese Fehlermeldung. Diese Fehlermeldung. Aber ist das cool. Lenny bei euch auch so wenig empfangen? Ja. Diese Fehlermeldung. Die hab ich voll empfangen. Ja, bei dir. Ist ja auch klar. Ja, das ist so ein Ernst. Alter, das hat so übersteuert. Meine Erregung ist grad so hoch gegangen. Warte, warte, warte. Warte. Jetzt sind wir runtergegangen. Weir und so. WTF. WTF? WTF? Ja. Nicht so laut. Aha. Eilidler, ich glaube ich spinne! Du hast meinen Spaß. Nein, nein, bitte nicht ernst nehmen! Ich bin kein Nazi! Okay, vielleicht aber... Nein, ich bin kein Nazi! Du lügst, Adrian. Du bist Nazi sein Thron. Nazi sein Thron. Lüg nicht. Hallo? Bist du eigentlich Geistesgut? Ja, bin ich. Hat doch gesagt, wer ist ein Nazi. Bist du, ich seh dich nicht. Merkst du jetzt erst, dass er geisteskrank ist? Unsichtbarkeits-Potion. Warum funktioniert das andere Programm jetzt so ein bisschen einigermaßen? Ich versteh das nicht. Ich kapier dieses Programm. Nein, das heißt, du fliegst jetzt nicht weg mit dem Scheiß Glider. Hört sich euch nicht vor. Hey, Dede. Lenny hat bei mir noch okay im Empfang. Okay. Also Dede, Flash und wir haben bei mir fünf Balken. Dede, Flash und wir haben bei mir fünf Balken. Dede was lane. Wir vertragen uns jetzt wieder. Komm, ich baue sogar deinen Grab ab. Nein! Lassen wir mal laufen, ja. So, die ganze Suche hat sich nur teilweise gelohnt, weil, naja, ich kann den Meteorin nicht abbauen. Jetzt ernsthaft nicht. Ja? Warum nicht? Wie mit einer Saphir-Pick-Explos-Geral. Ob sie... Spitzsacke irgendwie. Ha, nuk. Wir können auch mal gucken, dass wir mal... Hier so eine... Was braucht man dafür? Wird der... Reicht da Eisen? Wegen... Kobalt? Wegen Kobalt und sowas? Ich glaub schon, ne? Da... Hä, wo war dieses Buch? Über Tinkers Kunstflug? Haben wir hier oben, glaub ich, mehrfach drinnen, hier. Das kann sein. Ist das nicht das... Das nicht... Das hier? Hier ist es... Heißt das Maltys melting? Malt... Ne, das heißt Materiality Dew. Der hier. Da. Da. Gündil. Maltys melting. Gündil ist der türkische Gandalf, ne? Das wisst ihr, oder? Gündil. 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 Du lachst, das ist wirklich so. Oh, Sonnenbrille. Fische Sonnenbrille. Ich hab doch gesagt, ich setzte Sonnenbrille, aber auch, seit wir mit dem Bildschirm ins Auge leuchtet. Nein. Eigentlich normal, dass Sachen dir ins Auge leuchten, weil du sonst nix sehen könntest. Ja. Oh mein Gott. Weißt du doch. Warum? Doch. Hä? Das ist aber falsch. Jetzt steht nicht drin, wie ich das baue. Ja, aber du hast doch noch upgraden musst, das Buch. Und wie? Du bist doch bei den Rezepten, Vogel. Wo sind denn die ganzen Bücher? Wir hatten nur eins davon. Nein, wir hatten mehrere. Ähm. Tinkers. Tinkers! Ich glaube da steht im dritten Buch drin. Jeder von uns hat ein Materials in You Buch. Siehst du? Tinkers geschrieben. Tinkers! Ticker. Was ist das denn hier? Bounce, Pad. Bounce. Bounce, Bounce. Hallo. Ja, das ist nix Neues. Irgendeiner knuspert immer hier. Adrian, Rudolf. Aber nicht so extrem wie das Schacken geht. Ok, jetzt rasten sie alle wieder aus. Ich hab nochmal Sonnebrille weggepackt. Oh, das ist so'n fetter Baum. Ich dich fett. Das sind mehr so fette Bäume. Rauch dich voll mit meinem Blut. Die besteht aus Rubberwut. Riesige Rubberwutbäume. Ja. Blutmagie. Ich hab das Buch geupdatet. So, was haben wir jetzt? Steht hier irgendwie sowas baue? Auch nicht. Oh, hä? Ne. Webinary ist auch falsch. Noch ein Upgrade. Diary of a Tinker. So einfach wie das. Du schierst nicht. Welches Buch brauch ich dafür? Tinkers. So. Lalalalalalala. Tinkers. Kontakte. Ne Tool. Ok. Zack. 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 Haben wir. Jetzt hab ich schon das zweite Buch automatisch bekommen. Ich will mir auch nur so'n schön zenten Hammer machen. Oh. Steht nicht in NEI jetzt so, wie das geht? Ja. Weil vieles wurde ja geupgradet da drin, dass da auch meistens drinsteht. Ja, ich bin zu Hause. Ja, jetzt. Töten. Töten. Was ist da für ne rote Suppe drinne? Wo? Blut. Warum ist da Blut drinne? Blut. Ah, ich bin da vorhin reingefallen. Ah. Idiot. Jetzt bin ich in den Brunnen gefallen. Vollidiot. Oh, wie braucht man denn sowas? Fähigst du doch mal jemand bitte. Keine Ahnung. Du brauchst dafür Petter, die Petter musste in Gold umge- beziehungsweise in Stein ausstands, ich kümmere mich jetzt gerade drum. Warum bist du gestorben? Ich bin nicht gestorben. Vielleicht zu oft gedrückt? Was? Mich vielleicht selbst ausgeblutet? Oh. Ausgeblutet vor allen Dingen. Diet, ich kümmere mich gerade so teilweise da drum. Kannst du mir das noch nicht vielleicht nebenbei erklären? Hier, du musst dir erst mal Pettern stanzen. Darum kümmere ich mich jetzt gerade. Na dann. Bartpilder. Ich bin jetzt zu brennt hier gerade. Ja, das bin ich. Irgendwo noch ein Holzblock. Ja, das bin ich. Verbrehende. Wer von uns gierigen Kindern hat noch ein Holzblock? Mh mh. Ich hab Wundenplanks. Ja. Ne, ich hab schon. Alter, die haben wir'n Pristo mal viel. Bestes Ziel. Was ist denn dir? 500 Liter Blut. Oh. So, den haben wir. Ich hab' die Smilkery-Bash-Pock-Pfetti mit allem drüber. Da ist schon wieder einer tot. Da ist schon wieder einer tot. Ne, ne, gar nicht. Dann mach das absichtlich. Weil dann habe ich wieder neues Leben. Irgendwer Dias und... Irgendwer Dias oder ne Turtle oder... Bau dir doch selber ne Turtle. Winston Turtle. Hey, seit wann braucht man für ne Turtle Dias? Ja, weil ich was abbauen will mit der Turtle. Ne, die ganzen Turtle sind jetzt alle in Einsatz. Das weißt du. Was willst du denn abbauen? Ja, für ein Mee-System. Wir bauen dir doch einfach die Diamantspielsack, du Opfer. Aua. Du hast mir jetzt die Gesicht gebläht. Achso. Wirst du den Meteor damit abbauen lassen, oder was? Wieses der Blut und Mol da hier drin ist nicht gut. Du musst jetzt erstmal alles stanzen hier. Oh, ey, Diamonds. Nein, Dede, du kriegst keine. Nein, ich brauch nur meinen Steinhammer. Ja, ich muss jetzt erstmal alles ausstanzen. Oh, Dede, du willst mich noch ein bisschen länger verfolgen. Ich werd jetzt 1,5 Kilometer laufen, ne? Ja, und dann? Ja, dann bin ich bei dem Moucherit angelangt, weil die immer so ein paar Kilometer weg sind. Ja, du konntest auch irgendwann zurück. Oder ich beschwöre den Zorn des Donners. Thoros. Ahja. Ich hole mir Thoros Hammer und dann fliege ich dir hinterher. Das schaffst du, glaub ich, eher weniger. Okay, dann werfe ich den Hammer halt hier hin. Okay. Aua. Das ist gelingene Wither-Katze. So. Ey, wie bringt das dir Spaß gerade, selbst mal zu Beginn, ne? Ja, ich brauch heute Lebensmittel. Ja, macht schon Spaß, ne? Ja, mach ich auch öfters. Ja, ich auch. Sagen wir's auch so, ne? Ich spart ihn einiges. Was? Fuhn, Fuhn, Fuhn! Jetzt müsste der Death-Counter draus sein. Was für ein Death-Counter? Weißt du noch Monster Death-Counter? Ja. Wurde ich so bei... Ich mein grad jede. Ja, ja. Ich weiß schon. Aber der ist gar nicht da. Den hab ich auch nicht drauf gemacht. Was hab ich gerade gesagt? Death-Counter ist drauf. Nein. Ich hab gesagt, du weißt noch Death-Counter. Die ganzen Todespunkte hier. Ja, ich weiß noch damals. 1996. 1996. Es ist schon wieder 1996. Es ist schon wieder 1996. Es ist schon wieder 1996. Ja, was denn da damals passiert? Ach ja, ich war noch nicht geboren. 1996, nach Hitler? Nach Hitler. Ach ja. Ach ja. Ach ja.